Heute haben wir für euch das Rezept für diesen leckeren Schoko-Frabbuccino. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Viel Spaß beim Video! Eine wichtige Zutat ist der Schoko-Sirup. Diesen könnt ihr entweder fertig kaufen oder ganz schnell selbst machen. Dafür benötigt ihr nur Kakao, Wasser, etwas Salz und Zucker. Gebt eure trockenen Zutaten in einen kleinen Topf und gießt anschließend noch das Wasser dazu. Rührt einmal alles gut durch und lasst es dann unter gelegentlichem Umrühren aufkochen und anschließend weitere 5 Minuten auf kleiner Flamme köcheln. Danach lasst ihr den Sirup für ca. 15-30 Minuten in eurem Topf abkühlen. Und dann könnt ihr ihn auch schon in ein geeignetes Gefäß, z.B. eine Glasflasche, abfüllen. Für die Zubereitung des Frabbuccino gebt ihr jetzt etwas Schoko-Sirup mit einem Löffel zur Deko an die Innenseite des Glases. Jetzt benötigt ihr 60 ml Espresso oder 100 ml normalen Filterkaffee. Dieser sollte im Idealfall schon abgekühlt sein. Gebt den Kaffee in einen Mixer und fügt noch jeweils einen Teelöffel Schoko-Sirup und ungesüßtes Kakaopulver hinzu. Mixt einmal kurz durch und gebt dann noch die Eiswürfel hinzu. Mixt jetzt so lange durch, bis sich eine cremige, gleichmäßige Masse gebildet hat. Dann füllt ihr eure Masse in euer vorbereitetes Glas, toppt das Ganze mit Sprühsahne und garniert es mit noch etwas weiterem Schoko-Sirup. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und diese kleine Leckerei kann euch an heißen Sommertagen ein wenig Erfrischung bringen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und jetzt erstmal guten Appetit! Bis zum nächsten Mal!